Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Leaks mit mir immer gleich. Und dann ist hier auch noch ein Ding rausgekommen, auch in den 6.2 Patch-Files. Bunnymoon. So soll dieser Bunnymoon-Skin aussehen. Guckt euch den mal an. Ja. Auf jeden Fall wird wohl ankommen sein. 800 V-Bucks-Kosten. Ja. Wann er rauskommen wird, ist noch nicht bekannt. So sieht das Ding auf jeden Fall aus. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Like da und einen Daumen nach oben. Schreibt, was die Kommentare. Was haltet ihr denn von dem Bunnymoon? Würdet ihr euch den holen? Freut ihr euch schon drauf? Ja. Ja. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was eure Meinung darüber ist. Und ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Leute, die Glocken, dann kriegt ihr immer gleich Infos rein, wenn wir neue Videos live schalten. Und schaltet es jetzt mal wieder an, wenn es wieder alles Fortnite Leaks mit mir immer gleich auch rein. Bis dann. Und tschüss.